Der Frog-Kling hat sicher, dass sein neuer Freund nicht dröhnen. Der Frog-Kling hat uns gerettet. Das war ein Troll? Das sah mir ja aus wie eine Hexe. Als ein Troll. Gott. Ja, dann gehen wir auf die Suche nach dem Troll, der unsere Schwester entführte. Obwohl wir ja eigentlich, wir sind ja jetzt nicht mehr so mutig. Normalerweise. Aber wir haben ja Freundschaften geschlossen, ne? Also wir haben ja den Froschkönig, wir haben ja die Zwerge. Wir haben Fäden, die uns den Weg manchmal führen. Oh Gott. Was sind denn das für riesen Fußspuren? Nein, er hat die kleine Stadt hier kaputt gemacht, oder was? No. Was ist passiert? Nein. Okay, was ist da oben? Kann ich da nicht raufklettern? Ja, warte, 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 komm. Kann ich dich, kann, kann ich dich mitnehmen? Geht das? Nein. Bin ich hier irgendwo? Ja, 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 ja. So richtig. Wir kriegen das hin. Ich weiß, du willst da oben hin. Ich, ich muss da nur irgendwie hier hochkommen. Ja, 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 warte, warte, warte kurz. Ich muss ja hier irgendwie hochklettern können, oder nicht? Kann ich nicht hier irgendwo? Ich, ich sehe, dass da oben dein Spielzeug liegt. Und, ja, ich, ja, ich hol's hier. Ich weiß nur nicht, wie. Kann ich mich hier nicht irgendwo ran hängen? Ja, warte, warte, hier, nein. Ich, ich weiß nicht, was ich machen kann. Wie kann ich denn... Okay. Kann ich mir eine Leiter bauen? Ah, warte. Kann ich damit? Das als Treppe nutzen? Also mir davor schieben, um da rauf zu springen? Um dann ganz nach oben zu kommen? Geht das? Ja, was ist doch, was ist doch los? Oh, Entschuldigung. Jetzt. Na, geht doch. Okay, hochgeklettert. Ja, 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 hier, guck mal, ich hab, ich hab dein, dein, dein Kuscheltier hab ich. Guck mal hier. Guck mal, Überraschung. Da brauchst du nicht mehr traurig sein. Lass dir dein kleines Schweinchen. Dankeschön, Dankeschön, Chat. Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Oh. Er kam unerwartet. Er ist ein Freund. Ich hab wieder einen neuen Freund. Jawohl. Kann ich mir auch noch andere, äh, Freunde machen? Geht das hier? Hallo? Nein. Huch. Ist gelaufen. So, gucken wir mal, kriegen wir diese Tür auf? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir kriegen sie doch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weil ich hätte gedacht, wir müssen erstmal hier rein. Wo, hier rein komm ich nicht. Oh, mein kleiner Freund ist jetzt da drin. Oh no. Kommt er da wieder raus? Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Er ist jetzt... Er ist jetzt da drin. Aber wenigstens bist du in Sicherheit. Oh, hoffentlich. Okay. Ja, mal gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Wie gesagt. Den, den... Den Troll, den müssen wir ja noch... Was bist du denn? Im Hintergrund. Was war... War das ein Biber? Was ist das gewesen? Was war das? Hier ist ein Igel. Nein, er ist umgekippt. Nein. Er war ein Transport-Igel. Mach mich drauf. Alter, was guckt ihr mich denn jetzt alle so an? Was seid ihr denn für... Okay. Alles cool. Alles... Alles, Tutti. Ich... Ich kann hier nicht runter. Ich muss hier an euch vorbei. Ist ja gar nicht... Creepy. Hier sind Freunde. Also hoffen... Da ist eine Bärenfalle. Genau. Hier sind überall Bärenfallen. Was ist denn? Was stimmt denn mit euch nicht? Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier... So, warte mal. Kann ich hier hoch? Okay. Okay, 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 okay. Da hinten läuft sie. Wer ist... I don't know wer, aber... Ich bin gestorben. Gut. Das war... Noch nicht der richtige Absprung-Winkel. Probieren wir es auf ein zweites. So, jetzt aber. Der Zwerg wird da unten fest... Gefangen gehalten. Und jetzt? Achso, hier rüber. Ist es jetzt weiter höher oder weiter runter? Scheinlich, dass es geht weiter runter. Okay, okay, okay. Wir glättern um den Baum herum. Wir sind dann wahrscheinlich auf den Pilz. Alter, was die für Fallen sind. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich helfe dir sofort. Komm her, mein Kleiner. Aber warte, warte. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Ich sehe es doch, dass es eine Falle ist. Lass mich doch dran vorbeihüpfen. Ich sehe, dass das eine Falle ist. Das Spiel nimmt auf jeden Fall jetzt eine ganz andere Wendung auf einmal. Ist, äh, gar nicht mehr so. Äh, süß. Jetzt wird es ein bisschen... Creepy? Gruselig? Ja, auf jeden Fall sowas. Und jetzt gehen wir ins Dunkle. Ich sehe nichts. Oh, schön. Schön, 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 schön. Ich sehe einfach nichts. Oh, das gefällt mir nicht, was ich da höre. Ach, meine Fresse. Ich muss hier weg. Wie kann ich hier weg? Ich will hier nicht mehr sein. Lass mich... Oh, das hört sich ganz eklig an. Komm her. Bitte. Hör doch. Mach doch. Kannst du das heilen lassen? Oh, Gott, oh Gott. Nein, wo springst du denn hin? Warum? Okay, wir probieren es nochmal. Na, zu gut war, wie es rief. So nicht. Oh, ist das... Gar nicht... Eklig. Oh, Gott, oh Gott. Okay, 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 wir müssen hier anscheinend drüber springen. Jetzt jump. Jetzt hier runter. Du bist ja eklig. Nein. Hör auf. Lass mich. Lass das. Wie, 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 wie... Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Hier bin ich. Oh, ho, ho, ho. Oh, Gott. Nein, nein, nein. Ach, doch nicht. What? Das war unfair. Oh, ho, ho, ho. Ja, okay, 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 okay. Ah, ist das so gut? Hehehehe. Nope. Nimm mich. In die As... Okay, warte. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Hey. Nein. 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 Okay, er hat es kaputt gemacht. Ich kann hier... Alter. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Nein, nein, nein. Er sieht mich nicht. Er, äh, hier ist... Er ist blind. Er ist... Geblendet von meiner Schönheit. Ich weiß es nicht. Aber er sieht mich nicht. Okay, er weiß mich schon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wer ist denn hier? Gibt es hier noch jemanden? Hallo? Nein, ich kann nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Okay. Warte mal, ist da jemand im Käfig? Nee. Okay, der ist nicht. Muss ich jetzt echt hier runter? Okay, ich muss hier runter. Alter, dieses Spiel war so schön, hat so schön ruhig angefangen und... Was ist passiert? Okay, okay, okay. Hau ich den Götz? Ich hole euch da oben runter. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Hoffe, passt. Huch. Welche Tasse? Yay, wartet kurz. Wartet kurz. Wartet kurz. Kriegen wir hin. Beruhigt euch. Wenn ich das jetzt loslasse? Aha, das habe ich... Nein, nein. Da habe ich mir fast gedacht. Also, das heißt, wir müssen das Ding ganz nach hinten ziehen. Ja, ich komme doch gleich. Da müssen wir während das Ding los juckelt, quasi raufspringen. Und während wir da an der Ecke sind, quasi rüberspringen. So der Plan. Ich habe den Zorn gerade doppelt gehört. Ich gehe von aus hier... Mit Echo. So sieht es aus. Äh, das fixe ich gleich mal. Aber erstmal befreien wir unsere Freunde. Yay. So, seid ihr alle hier? Kommt runter. Ja, du auch. Ja, komm. So, jetzt haben wir die hier befreit. Jetzt können wir bestimmt hier durch. Mit dem ManCraft. Aber ich glaube, dass ich die... auch immer dann in Sicherheit bringen muss. Meine kleinen Buddies, die ich hier befreie. Das ist jetzt nur die Frage... Oh Gott. Wir sind überall fallen. Wir sind überall fallen. Wer macht denn sowas? Kann ich hier einfach einfach dran vorbei? Nein! Nein! Okay. Folgt mir. Ganz langsam. Kommt ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach links. Freunde. Nach links. Kommt mal wieder nach links. Okay, da ist... Da ist kein Ausgang für euch. Okay, okay. Wait. Wait. Sortiert euch. Nein. Nein. Ruhig bleiben. Nein. Ruhig bleiben. Läuft nicht in die Fallen. Läuft nicht in die Fallen. Macht es nicht. Ich habe euch doch nicht umsonst befreit. Ja. Ja. Okay, okay. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Cool, cool. Jetzt hierhin. Hierhin. Oder hierhin. Ja. Okay. Okay. Der Größter ist da. So, du kleiner Mann. Komm mal hier rüber. Ich will euch nicht verlieren. Nein. Rennt doch nicht da hin. Hau auf. Kanonenfutter. Melli, was ist mit dir los? Sieht aus wie beim Straßentraining aus. Ja, nein. Wir wollen die ja beschützen. Können wir die hier irgendwie... Nein, kommen wir nicht. Oh. Wir haben einen verloren. Das finde ich traurig. Das sieht nicht so sicher aus, wie es aussehen könnte. Nein, wir haben einen verloren. Ausflug mit dem Kegel. Das stimmt mit dir nicht. Das stimmt mit dir nicht. Was ist dein beschissenes Problem? Was ist dein beschissenes Problem? Ich sehe nicht. Was? Ich war doch versteckt. Oder war ich nicht versteckt? Okay, wait. Hier bin ich versteckt, ne? Hier bin ich safe. Okay, komm mal her hier. Komm mal hier rüber. Immer wieder nach links. YOLO! Das ist unangenehm. Einfach unangenehm. Ja, nein, 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 nein. Also so spielen wir hier das Spiel ja nicht, ne? Also so jetzt hier, ne? Es ist hier. Oh, geh doch weg. Guck doch weg. Hier woanders hin. Lass mich doch einfach mal holen. Muss ich überhaupt hier hin? Ich weiß es doch auch nicht. Hä? Ist das richtig hier? Wo muss ich denn hin? Muss ich hier in den Baum stumpf? Ich fang wieder von vorderen. Ja, versteck dich im Gras ist... Ja, mach ich ja schon. Also, glaub ich. Aber, wie lange? Geht er alleine weg irgendwann? Hat er keinen Bock mehr? Oder... Nein... Ja, ja, ja... Ja, ja... Uh... Durch den Baum. Ok. Also, versuchen wir, durch den Baum zu gucken. Nein, 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 nein. Das hier... Das war jetzt nichts. Okay, auf geht's durch den Baum. Als ob er das jetzt mitbekommen hat, dass ich hier drin bin. Nein! Lass mich! Geh weg! Die woanders sind! Ja, jetzt sind hier auch noch Fallen, ich... Was ist denn mit euch nicht richtig? Direkt vor meiner Nase ist noch Falle, na ist ja wunderbar. Ja, ich freue mich. Mhm, mhm. Als ob das geklappt hat. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wo geht's danach hin? Ah, da hinten hin. Ja, ja. Ah, das war, das war aber ganz schön tricky. Aber nicht mit mir. Scheiße, nach vorne sind auch noch direkt zwei Falle. Ich würde es fast übersehen. No, no, no. No. You don't see me. No. You don't see me. Oh! Oh! Also die Hand, also, also? Wo soll ich denn hin, jetzt? Also okay, warte, 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 warte. Es muss ja hier ein Trickett. No. Das ist hier kein Trick. Äh, wie jetzt? Achso. Okay, der Schatten ist ja, der Schattenwurf ist ja recht lang. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ich probiere jetzt mal nach links. Okay, nach links ist gar keine gute Idee. Nach rechts aber auch nicht. Hä? Kiste rüber? Wie, Kiste rüber? Kann ich den hier irgendwie drücken? Kann ich den mitnehmen? Ehe hat. So nach rechts geht wahrscheinlich nicht, ich würde eher sagen mal links. Jetzt hat das geklappt, Herr Jett. Okay, es hat nicht geklappt. Leck mich am Arsch. Wie? Okay, 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 okay. Ja, guck dir mal links, rechts, rechts, links und so, ne? Okay. 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 Guck mal wieder nach. Genau. Du hast so einen schlechten Atem. Voll. Da geht noch keine Kugelhut. Das ist ganz schön eklig. Du hast mich nicht gesehen. No, no. No, no. Jetzt ist, jetzt geht sie weg. Jetzt, ja. Hätte ich nicht die ganze Zeit schon weggehen können? Oh. Hey, dieser Troll. Mach doch noch meine Freunde kaputt und es ist doch alles nicht so schön. Okay, okay. So, jetzt hier rüberspringen. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. So, jetzt hier nach unten wieder. Okay. Okay, okay, cool. Lösen, nasen. Spring, spring doch. Oh Gott. Das tat ganz schön weh, bestimmt. Äh, wir haben den platt gemacht, persönlich. Tut mir leid. Ich will dir nicht weh tun. Okay. Wir lassen euch in Ruhe. Wir gehen einfach weiter. No, 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 no. Was ist denn bitte unter dieser Fleischmasse? Das ist aber gar nicht eklig Nein Da sind Freunde drin Spring doch Ich hätte gedacht Ich dachte wir kommen auf den Stein da rauf Nein Nichts Stein Nichts machen Was machen Sachen Okay Wir machen Speedrun 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 Der ist jetzt unfair Der ist jetzt genau da vorne wo ich hin will Aber finde ich jetzt nicht so schön Und die kleinen Boys hier vorne Die will ich eigentlich ungern Wir haben es geschafft Ohne die anderen da in Gefahr zu bringen Sag Final Wie ist das genauso die anderen Und das ist お stomach Ich sch00 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 Untertitelung des ZDF, 2020